Wie geht es für Bitcoin jetzt weiter? Wir stehen aktuell bei über 51.000 US-Dollar und sehen gleichzeitig den größten Verkaufsdruck seit über einem Monat. Wir haben in den letzten 24 Stunden alleine eine Milliarde US-Dollar an Open Interest verbrannt. Deswegen werden wir hier einmal auf die aktuelle Situation eingehen und uns anschauen, wo der Kurs als nächstes hinlaufen könnte, inklusive neuer Liquidierungszonen. Auch neue News und wichtige News zu den ETFs, neue Regionen, die da hinzukommen und sich öffnen. Neue Influents könnten da entstehen, darüber werden wir gleich sprechen. Ich habe einige On-Chain-Daten auch für euch mitgebracht, unter anderem smarte Akteure, historisch gesehen smarte Akteure, die immer wieder richtig lagen, tun jetzt spannende Sachen. Laut On-Chain-Daten, das werden wir uns gleich anschauen, was die gerade tun und was das zu bedeuten haben könnte. Und heute Abend könnte es auch nochmal zu zusätzlicher Volatilität kommen durch die FOMC Minutes und auch die NVIDIA-Daten. All das und mehr in diesem Video und jetzt viel Spaß damit. Blicken wir zunächst einmal auf den Markt. Bitcoin steht bei 51.300 US-Dollar. Ein bisschen mehr Volatilität als sonst. 1.000 Dollar hoch, 1.000 Dollar runter, aber im Endeffekt immer noch in der Konsolidierungsphase. Werden wir uns natürlich gleich näher auch im Chart anschauen. ETH hat zwischenzeitlich die 3.000 US-Dollar-Marke erreicht, aktuell bei 2.900 US-Dollar. Bitcoin-Dominanz hat sich auch nicht mehr viel getan. Wir sind bei 51,7 Prozent und die gesamte Marktkapitalisierung ist wieder unter die Schwelle von 2 Billionen US-Dollar gefallen. Bei Bitcoin werden wir uns das gleich nochmal näher im Chart anschauen, vor allem auch mit verschiedenen Indikatoren, die jetzt gerade wichtig sind. Aber heute Abend könnte es generell nochmal zu zusätzlicher Volatilität kommen durch die Makromärkte. Natürlich durch NVIDIA. Alle blicken aktuell auf NVIDIA, aber schauen wir erstmal auf eine andere Meldung, die ich gerade sehr interessant finde. Wieder eine Maßnahme von der chinesischen Regierung, die Einfluss nimmt auf die Aktienmärkte. Jetzt gibt es ein Short-Selling-Verbot beim Opening und beim Closing. Jeweils eine halbe Stunde dürfen große Unternehmen hier keine Short-Positionen öffnen. Da wird einfach weiterhin versucht, Wind aus den Segeln rauszunehmen, dass man ein bisschen weniger Druck auf die Märkte hat. China steht ja mächtig unter Druck mit den Aktienmärkten. Einer von vielen Maßnahmen, die bislang immer noch nicht gegriffen haben. Da wird also weiter versucht, mit regulatorischen Maßnahmen den Markt zu stützen. Wir haben ja auch verschiedene Meldungen zu großen Stimulis noch gesehen. Das wäre auch positiv für Bitcoin und den gesamten Markt, wenn noch mehr Liquidität in den Markt reinkommt. Durch die chinesische Zentralbank in dem Fall werden wir abwarten müssen, welche Maßnahmen sie sich da noch vorstellen. Heute Abend noch ein wichtiger Punkt. FOMC Minutes, Sitzungsprotokoll der US-Notenbank. Das könnte natürlich auch Einfluss auf Bitcoin und den gesamten Markt haben. Aber erfahrungsgemäß gibt es da jetzt nicht wirklich spannende und neue Erkenntnisse aus diesen Sitzungsprotokollen. Das haben wir in der Vergangenheit jetzt immer wieder gesehen. Und ich bezweifle auch, dass es dieses Mal irgendwie anders sein wird. Ich glaube, da werden wir keine neuen Erkenntnisse zu bekommen. Aber trotzdem kann man sich hier den Dollarindex mal anschauen. Vielleicht hat das eine Auswirkung am Ende des Tages. Ihr seht die inverse Korrelation. Seitdem der Dollarindex hier wieder in einem Abwärtstrend ist, kann Bitcoin ordentlich performen. Und wenn dieser Trend hier bestehen bleibt, wäre das hier zusätzlicher Rückenwind. Was auch noch ein großer Punkt ist, natürlich Nvidia. Alle sprechen über Nvidia, beispielsweise Goldman Sachs. Heute noch verkündet vom Trading Desk, Nvidia ist die wichtigste Aktie der Welt aktuell. Und wir haben ja auch schon oft jetzt darüber gesprochen. Die Performance vom S&P 500 und generell der Aktienindizes wird von wenigen großen Unternehmen getragen. Unter anderem natürlich auch Nvidia. Und heute nach dem Closing, ungefähr um 23 Uhr, wird dann Nvidia auch seine Zahlen veröffentlichen. Und da blickt wirklich der gesamte Markt drauf, was ist in Q4 passiert und was sind vor allem die Prognosen. Weil vor allem Nvidia auch so ein großes Stück am Kuchen aktuell hat, vor allem auch an den Kursgewinnen generell vom Markt, wird das natürlich auch ein Faktor sein für den gesamten Markt. Aber auch für Bitcoin, das könnte auch der nächste Impuls dann sozusagen sein, der durch die Nvidia-Daten dann ausgelöst wird. Werden wir ganz genau drauf schauen, wie der Markt dann drauf reagiert. Ihr könnt übrigens auch die traditionellen Märkte bei BingX traden. Das ist die Plattform, die ich auch für Bitcoin und Altcoin Futures nutze. Und hier unter den Standard Futures mit USDT könnt ihr Aktien, Forex, Indizes, alles mittraden. Mit den geringsten Gebühren auf dem Markt unten in der Videobeschreibung bekommt ihr auch nochmal 10% zusätzlich Rabatt auf die Gebühren und noch zusätzliche Boni. Schaut euch das Ganze an, wenn ihr heute Abend das Ganze traden möchtet, da findet ihr auch hier unten Nvidia. Damit habt ihr dann alles mit einer Plattform abgedeckt, was Futures angeht. Also das kann sich auf jeden Fall lohnen, vor allem auch wegen der Gebühren. Die sind deutlich geringer als die anderen Plattformen. Ich handele persönlich auch dort seit über zwei Jahren, deswegen schaut euch das gerne an. Das Ganze findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann gab es gestern eine interessante Meldung von Circle, dem USDC-Herausgeber, Stablecoin USDC. Denn sie haben jetzt hier verkündet, dass sie sich von der Throne Blockchain verabschieden werden. Und da kamen schon sehr viele Fragen, ja was bedeutet das für Throne? Sollte man Throne shorten oder verkaufen? Man muss da natürlich einmal auch auf die Daten blicken. Warum machen sie das? Sie sagen hier aus risikotechnischen Gründen, ich denke eher, dass das regulatorische Aspekte hat. Justin Sun und Throne stehen ja sowieso in der Kritik und Circle ist einer der bestregulierten Stablecoin-Herausgeber. Und da müssen sie sich wahrscheinlich im Hintergrund auch dem beugen und von Throne sich verabschieden. Für Throne bedeutet das aber jetzt nicht wirklich irgendwas Weltbewegendes, wenn man sich das Ganze mal anschaut. USDC auf verschiedenen Blockchains hier, Ethereum mit über 24 Milliarden US-Dollar. Hier seht ihr es auch nochmal anhand der On-Chain-Daten, aktuell 22 Milliarden anhand On-Chain-Daten. Die 24 Milliarden kamen von Circles eigenen Daten. Und was ihr schon sehen könnt, bei Throne sind das aktuell nur 300 Millionen US-Dollar. Kann auch einfach sein, dass das nicht wirklich nachgefragt wurde, nicht viele Transaktionen stattgefunden haben. Und deswegen verabschieden sich hier auf der anderen Seite, gibt es auch verschiedene andere Blockchains, die trotzdem weiter genutzt werden. Aber diese 300 Millionen US-Dollar von USDC auf Throne werden für Throne keine große Auswirkung haben. Also das Ganze wurde wieder zu heiß gekocht und deswegen lohnt sich auch immer ein Blick hinter die Kulissen. Was steckt wirklich hinter dieser Meldung? Bei den Bitcoin ETFs sehen wir weiterhin Inflows. Die haben etwas abgenommen, vor allem auch mit dem Standard der letzten Woche, wo wir täglich ja fast 500 Millionen US-Dollar hinzubekommen haben. Haben wir aber immer noch solide Inflows gesehen, Nettozuflüsse nach Abzug der Outflows von GBTC haben wir immer noch über 135 Millionen US-Dollar Inflows gestern gesehen. Es wurde auch gestern viel darüber berichtet, dass das Handelsvolumen sehr stark gestiegen ist bei einigen Anbietern. Das hat zum Anlass gegeben, dass viele darüber spekuliert haben, dass auch die Inflows hoch sein werden. Aber ich sage es immer wieder, auch immer wieder in den Kommentaren kommt diese Anmerkung, ja so und so viel Inflows ist doch nichts bei einem Handelsvolumen von. Das sind ganz andere Sachen. Inflows ist was anderes als Volumen und aus Volumen kann man keine Inflows ableiten. Dafür gibt es andere Indikatoren, werden wir uns gleich anschauen. Und deshalb ist es nicht so einfach zu sagen, okay wir sehen jetzt über den Tag hinweg viel Volumen, das wird positiv sein für Bitcoin. Am Ende des Tages ist es egal, wie viele Hände die ETF-Anteile da wechseln. Es ist einfach nur wichtig, wie viel Kapital kommt denn wirklich neu rein in den Markt und wie viel Bitcoin wird dadurch gekauft. Und das ist einfach hier nochmal ein spannender Zusammenhang nochmal zu sehen, dass hier so ein steigendes Volumen nichts zu bedeuten hat. Auf der anderen Seite eine sehr interessante Meldung. Eric Balchunas ist der Meinung, dass Vanguard, Vanguard bietet ja die Bitcoin-Spot ETFs nicht an, Vanguard der zweitgrößte Vermögensverwalter, dicht hinter BlackRock, die bieten das Ganze nicht an. Aber er sagt in den nächsten Jahren, wird Vanguard irgendwann einknicken, weil sie einfach das eigene Geschäft weiter ankurbeln möchten. Vorher hatten sie ja gesagt, wir wollen das Ganze nicht anbieten, weil wir unsere Kunden schützen möchten. Und das könnte sich halt in der Zukunft laut Eric Balchunas ändern. Das wäre natürlich in dem Fall positiv, weil Vanguard, wie gesagt, einer der größten Vermögensverwalter der Welt ist. Was auch noch on top hinzukommt, ist, dass wir schon auch über Hongkong gesprochen haben, das globale Rennen um Bitcoin hat ja damit begonnen, dass in den USA jetzt die ETFs zugelassen wurden. Und jetzt kommt das Ganze vielleicht sogar auch aus Südkorea. Denn die regierende Partei dort prüft laut einem Bericht lokaler Medien vom Montag Möglichkeiten im Rahmen ihrer Wahlversprechen für die bevorstehenden Parlamentswahlen im April den Handel mit Bitcoin-Spot ETFs zuzulassen. Und das Ganze wird so ein bisschen unterschätzt vom Markt, wenn man sich mal das Handelsvolumen anschaut. Ich habe das gestern Mittag schon auf Twitter gepostet gehabt mit dem Volumenvergleich zwischen Upbit und Coinbase. Coinbase repräsentativ hier für den US-Markt und Upbit hier für den südkoreanischen Markt. Und da sehen wir, dass das auch wirklich eine wesentliche Rolle spielen könnte, wenn hier weitere Regionen, weitere Länder hinzukommen und ETFs hier zulassen. Das wäre natürlich positiv. Und aus meiner Sicht ist es auch keine Frage des Ob, sondern einfach des Wands. Weitere Länder werden da hinzukommen und auch die Türen öffnen. Und dadurch kann natürlich dann noch mehr Kapital in Bitcoin reinfließen. Kommen wir zu wichtigen On-Chain und Marktdaten, die jetzt gerade für Bitcoin relevant sein könnten. Unter anderem hier die Inflows zu Akkumulierungsadressen. Da haben wir jetzt hier ein neues Allzeithoch erreicht mit 25.300 Bitcoin, die in diesen Adressen liegen. Wie werden diese Akkumulierungsadressen hier definiert? Zum einen keine ausgehenden Transaktionen, sozusagen HODL-Adressen. Wenn da Bitcoin reinfließt, fließen sie nicht raus. Mindestens zehn Bitcoin liegen in diesen Adressen. Also es sind auch keine kleinen Fische, sondern auch wirklich größere Akteure. Da werden auch keine Börsen natürlich mit reingerechnet. Mindestens zwei Transaktionen, die auf diese Adressen reinfließen mit Bitcoin. Also die großen Akkumulierungen finden weiter statt. Was interessant ist, wenn man sich mal die sogenannten Fische anschaut, das sind die Adressen zwischen 10 und 100 Bitcoin, haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass diese Gruppe an Investoren ziemlich smart war. Auch vor allem mit den Zyklen. Dieser Chart geht hier bis Anfang 2018. Und bevor hier beispielsweise ein neues Hoch erzielt worden ist, haben hier die Fische akkumuliert in 2018. Also in blau dargestellt sind die Bestände. Dann haben sie irgendwann verkauft. Dann gab es auch eine Seitwärts- bis Abwärtsbewegung, Corona-Crash, wo wir 2020 gedammt sind. Vor dem Allzeithoch haben sie dann auch akkumuliert, aber dann auch wieder angefangen, die Bestände zu verringern. Also nicht, wo wir hier bei über 60.000 US-Dollar waren, war dieses Signal schon da. Sondern die Fische haben schon die Gewinne mitgenommen viel vorher. Das Ganze ging hier weiter runter. Und hier beispielsweise auch ebenfalls mit dem Boden in 2022. Sie haben in dieser Phase stark akkumuliert. Und jetzt in den letzten Wochen verringern sie ihre Bestände. Jetzt ist natürlich die Frage, liegen sie wieder richtig? Ähnlich wie wir es hier in 2021 gesehen haben, 2020 gesehen haben. Jetzt könnte man sagen, okay, der Kurs ist hier weiter hochgelaufen. Sie haben zu früh Gewinne mitgenommen. Aber das ist ja auch immer das Problem, dass man immer denkt, dass man hier genau den Hochpunkt erwischt. Das passiert aber nicht. Genau das ist ja auch hier in 2021 passiert, dass sie schon viel früher angefangen haben, die Gewinne mitzunehmen. Auch während der Allzeithochs hier weiter die Gewinne mitgenommen haben und dann sehr viel später angefangen haben, wieder zu akkumulieren. Ob die wieder hier richtig liegen, das kann natürlich keiner mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen. Aber es ist schon ziemlich interessant, dass sie in der Vergangenheit zumindest richtig lagen. Jetzt haben wir natürlich aber auch ein bisschen andere Grundvoraussetzungen mit den ETFs etc. Wenn man sich das mal auch anschaut, die kleinen, die mittleren, die Fische, die großen, die verringern die Bestände. Aber die ganz großen, über 100 Bitcoin, da wird akkumuliert. Da spielen natürlich auch die ETFs eine Rolle. Aber die ganz großen Big Player, die nehmen gerade die Bitcoin schön auf, die jetzt von den kleinen Investoren verkauft werden. Das ist eigentlich historisch gesehen immer ein positives Zeichen gewesen. Werden wir aber natürlich weiter beobachten müssen, ob dieser Trend so beibehalten wird. Das Positive an der aktuellen Situation finde ich immer noch persönlich, dass es keinen Retail-Hype, kein Retail-Fomo gibt. Nicht in dem Sinne, wie wir es in den letzten Bullen-Märkten gesehen haben. Also es gibt kein Anzeichen davon, dass es irgendwie vom Sentiment eine Überhitzung gibt. Es ist eher getrieben, dass wirklich Akkumulierungen stattfinden, Inflows stattfinden. Wir sehen es hier auch beispielsweise am Coinbase-Volumen, Spot-Volumen habe ich euch ja auch schon mal gezeigt, dass das bei weitem nicht auf dem Niveau liegt, wie wir es im letzten Bullen-Markt gesehen haben. Auch das gleiche Spiel bei MetaMars, wenn man sich das mal anschaut. Im letzten September waren 19 Millionen aktive Nutzer auf MetaMars, aktuell 30 Millionen. Es ist aber immer noch unter dem Allzeithoch, was wir in 2022 gesehen haben. Also auch da haben wir keine neuen Allzeithochs gesehen. Das sind offizielle Daten, die MetaMars selber veröffentlicht hat. Und das ist für mich, wie gesagt, vom Sentiment her mittelfristig eigentlich positiv. Natürlich kann es immer wieder kurzfristig auch über die Future-Märkte zu Überhitzungen kommen. Das werden wir uns gleich auch näher anschauen. Einer der spannendsten Indikatoren aktuell, und das sage ich euch ja seit dem ETF-Start, weil man ja keine Echtzeitdaten dazu hat, ist weiterhin das Coinbase Premium. Also die Differenz zwischen dem Spotpreis von Coinbase zu Binance, zu anderen Spotbörsen. Daraus lässt sich ziemlich gut ableiten, wie hoch die Kaufnachfrage aus den USA ist. Wenn das Coinbase Premium positiv ist, bedeutet das, dass wir deutliche Kaufnachfrage aus den Staaten sehen, weil der Kurs dort höher ist. Dementsprechend haben wir da ein Premium. Im roten Bereich sehen wir keine Kaufnachfrage oder sogar Verkaufsdruck. Da sehen wir einen Discount. Und was wir jetzt über die letzten Wochen und Tage gesehen haben, ist die Tatsache, dass wir hier mit dem Coinbase Premium ja zuerst ins Positive reingelaufen sind. Genau das habe ich euch ja auch gesagt, dass das ein positives Signal war. Dann sind wir hochgelaufen. Hochgelaufen. Das Ganze ist dann immer rückläufiger geworden, bis wir dann irgendwann Verkaufsdruck hatten nach dem ETF-Start. Dann sind wir hier runtergelaufen auf unter 40.000. Dann hat sich das Ganze wieder erholt. Ihr seht, wie schön das immer wieder mit dem Kurs zusammenhängt. Und jetzt aktuell sind wir wieder in einer Phase, wo das Coinbase Premium hier gegen Null wieder läuft. Ich kann euch das auch mal hier in diesem Chart hier zeigen. Da seht ihr das nochmal live. Wir haben tatsächlich sogar hier einen 4-Stunden-Chart gehabt, wo wir wieder ins Negative gelaufen sind. Also das ist etwas, was aktuell so ein bisschen fehlt auch bei Bitcoin, rückenwinkt aus den US-Märkten. Nicht nur die ETFs, sondern auch generell gesehen. Und das finde ich aktuell ist ein sehr guter Indikator, vor allem auch in Echtzeit zu sehen, wie sieht die Kaufnachfrage denn wirklich aus in der aktuellen Situation. Und wenn natürlich dann nicht genug Kaufnachfrage kommt, dann werden auch mal schnell Long-Positionen liquidiert, die überhebelt sind. Wir hatten verschiedene Bewegungen seit gestern, seit wir die 53.000 US-Dollar-Marke erreicht hatten, haben wir eine Milliarde US-Dollar aus dem Markt gespült. Zwischenzeitlich, wie gesagt, diese Liquidierungszone bei 53.000 US-Dollar abgeholt. Das war ja genau der Bereich, den wir uns im letzten Video hier angeschaut haben. Laut der Heatmap, da sind wir hochgelaufen, haben das Ganze berührt, haben die Liquidierung abgeholt und sind von da abverkauft worden. Würde ich das Ganze hier shorten? Nein, das würde ich auf keinen Fall machen aktuell. In der jetzigen Phase finde ich es wirklich gefährlich, Short-Positionen einzugehen. Der Aufwärtstrend ist weiter intakt, aber diese Zonen sind gut, um beispielsweise Gewinne mitzunehmen bei den Future-Positionen. Das teile ich euch ja auch immer wieder mit, wie ich aktuell in meiner Position hier weiter vorgehe. Die Position ist ja offen seit hier 39.000 US-Dollar. Das haben wir uns ja im Voraus schon auch angeguckt gehabt. Ich habe inzwischen jetzt hier 50 Prozent der Positionen geschlossen, die, wie gesagt, bei 39.200 US-Dollar aufgemacht. Und diese Zonen nutze ich dann eher, um das Ganze dann als Gewinn-Mitnahmenzonen hier zu nehmen. Nach unten hin haben wir aber jetzt hier auch wieder neue Liquidierungszonen aus der Heatmap hier abgeleitet. Sehen wir, dass wir hier unten bei 50.400 um den Dreh einer Liquidierungszone haben, bei 50.000 und hier ganz unten nochmal bei 47.300. Was negativ jetzt aktuell ist, ist die Tatsache, dass auch die traditionellen Märkte natürlich jetzt in einem Abwärtstrend jetzt in den letzten Tagen sind. Und Bitcoin kann sich dementsprechend aber immer noch gut halten, das muss man sagen. Aber jetzt aktuell sehen wir diese Tab Liquidity, was wir immer wieder jetzt hier als Unterstützung hatten, sehen wir, dass wir jetzt darunter gebrochen sind und das jetzt als Widerstand retesten. Also könnte schon sein, dass wir jetzt in diese Liquidierung hier reinlaufen. Wie tief es dann geht, wird wahrscheinlich dann auch davon abhängig sein, was heute Abend passiert, wie hoch die Inflows dann heute und die nächsten Tage bei den ETFs aussehen. Da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Interessant ist auch die Tatsache, dass wir jetzt hier seit über einem Monat den größten Verkaufsdruck sehen. Das sehen wir hier am Taker-Volume komplett ins Negative gerutscht. Ihr seht, wo das Ganze im Positiven war, wo wirklich viele Marktorder reingekommen sind. Aggressives Kaufen stattgefunden hat, konnten wir auch steigen, seitdem wir hier ins Negative gerutscht sind. Auch das ist wiederum positiv, obwohl wir so einen Verkaufsdruck sehen, der so hoch war wie beispielsweise Mitziano, wo wir dann unter die 40.000 US-Dollar gefallen sind, kann sich Bitcoin immer noch sehr gut halten. Also dafür, dass wir hier den größten Verkaufsdruck seit einem Monat sehen, ist der Kurs von über 51.000 als positiv zu bewerten. Aktuell genau 51.000 US-Dollar. Und jetzt wäre es natürlich positiv, wenn wir hier nochmal drüber kommen. Nach oben hin ist dann natürlich hier diese 53.000 US-Dollar-Marke als nächste wichtige Zone. 53.300 hier um den Dreh, das ist hier dann dieser Bereich. Da würden dann die Short-Positionen liquidiert werden. Das war auch schon das Video für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und konnte dir einen kleinen Mehrwert bieten. Falls ihr ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniere gerne den Kanal und verpasst du keine weiteren Updates. Unten in der Videobeschreibung findest du auch unsere Community-Gruppe, die komplett kostenlos ist. Dort tauschen wir uns noch besser aus und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.